Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play XCOM Enemy Unknown. Beim letzten Mal haben wir noch so ein Ufer runtergeholt. Und wir gucken mal, wo sich das Ding versteckt hat. Ich hoffe, das war dann genauso glattlaufender Einsatz wie bisher. Seht wir bis dato alles ziemlich gut. Den schicken wir mal hier oben rauf. Schaff dir mal einen Überblick, nichts zu sehen. Okay, das ist natürlich nicht so schön. So kommt man hierher. Warum bist du eigentlich so langsam? Du bist doch ein Sunny. Egal, dann gehst du nur hierher. Ah, ich hab jetzt mal einen Scharfschützen dabei. Okay, dann geht er hier hin. Ich finde es ein bisschen schade, dass sich noch keiner von euch gemeldet hat hier, der gerne als Soldat dabei sein möchte. Ihr wisst ja, wie das läuft. Wenn ihr das machen wollt, dann müsst ihr mir das in die Kommentare schreiben. Sonst wird das nix. Und ich glaube auch nicht, dass wir so viele Parts brauchen wie beim letzten Mal. Und ich hab vergessen, meine Scheiß-Stop zu starten. Ich hab den extra noch eingestellt und dann doch wieder vergessen. Der Running Gag geht weiter. Ich hab den E-Game-Sort übrigens ein bisschen runtergedreht. Man sollte mich jetzt eine ganze Ecke besser verstehen als vorher. Wenn das immer noch nicht gut ist, das werde ich dann ja auch in dieser Folge sehen. Gehen wir hier auf die Ecke. Immer noch nichts zu sehen. Okay, das finde ich jetzt interessant. Wo ist man da hin? Wo ist denn die Map eigentlich zu Ende? Hier ist Ende und da hinten geht's. Okay, dann bin ich wahrscheinlich im oberen Eck dieser Map. Ja, okay. Dann bräuchte ich da oben eigentlich gar nicht gucken, weil da ist definitiv nix. Du guckst mal hierher. Du bleibst erstmal da, wo du bist. Du kommst mal hierher. Und komm ja nicht auf die Idee, durchs Feuer zu rennen. Du rückst mal hierhin vor. Nix zu sehen. Dann bräuchten wir uns den Scharfschützen mal hierher. Der deckt auch nix auf. Okay, und die beiden von hier oben müssen dann mal hier runter sprinten. Das ist dann halt so. Und du da oben bitte auch. Guck mal her, hier. Jetzt erstmal da hin. Also das Team wieder ein bisschen zusammenziehen. Lass uns mal gucken, wo das Ufo abgeblieben ist. Ach scheiße, hab ich Hunker Down gemacht oder was? Ach, shit. Er macht nichts. Ist egal. Das klang nach Sin Man. Und das auch. Komm mal hierher. Immer noch nix aufgedeckt. Okay, jetzt wird's langsam ein bisschen komisch. Guck mal bitte auch mal hier oben rauf. Du solltest eigentlich bis da vorne rein, ne? Aber gut, jetzt ist es egal. Jetzt steht er da. Guck mal da hin. Wieder nix zu sehen. Du rückst mal hierher. Solange ich nicht zwei Gruppen auf einmal aufdecke, ist das ja eigentlich noch alles in Ordnung. Du hier hin. Ist auch ziemlich flott schon dabei, der Junge. Und du bitte auch dorthin. Und dann lassen wir sie kommen. Achso. Deswegen hatte ich Hunker Down, weil der Scharfschütze natürlich nur mit der Pistolefeldposten machen kann, wenn er sich bewegt hat. Und dann sollt ihr auch bald mal anfangen, den Sicherheitstrakt zu bauen in der Basis. Da können wir uns dann dran machen. Wenn wir die Mission hinter uns haben. Oder. Oder, oder, oder. Immer noch nix zu sehen. Mann, wo sind die denn? Die müssen hier doch irgendwo sein, die Leute. Das finde ich jetzt gerade ein bisschen ätzend. Wenn ich das mal so anmerken darf. Ich bewege mich jetzt natürlich auch an der oberen Kante entlang. Ich sollte mich vielleicht, glaube ich, gleich mal ein bisschen Richtung Mitte bewegen. Denn auch wenn hier Trümmer liegen, wage ich jetzt zu bezweifeln, dass das Ufo hier hinten ist. Na gut. Ich werde es schon finden. Irgendwo müssen diese Mistviecher ja sein. Ich sollte nur vermeiden, mein Team hier zu trennen. Das muss ich vielleicht nicht unbedingt tun. Das ist bestimmt nicht clever. Ich möchte gerne ihn haben. Danke. Hansen, komm du mal hierher zu dem Baum. Auch nix zu sehen. Und du gehst mal hierher. Das ist riskant, aber ich kann ihn ja nur von so einem Decken bewegen. Nix zu sehen. Okay. Alle mal ein Feldposten. Irgendwo werden die schon sein. Interessant, interessant. Jetzt kommen sie von da unten, okay. Aha. Ach, schade. Das wäre auch zu schön gewesen, wenn er trifft. Da sind die ersten drei. Hauptsache, die rücken meinen nicht weglaufen. Einer ist schon mal weg. Das ist gut. Haben wir auch noch Reflections. Genau. Also da hinten sind die irgendwo. Es müssten noch zwei sein. Okay, die holen wir uns jetzt erst mal. Was war das für ein Geräusch? Aaron, du kommst mal. Ich sehe die dann wahrscheinlich wieder nicht. Komm mal hierher. Vielleicht siehst du den dann. Ja, tatsächlich. Alle beide. 44 und 44. Dann halt mal drauf. Und natürlich trifft er. Ach, ist gar nicht Karen, ne? Das ist dieser... Sulaiman. Richtig, ist nicht Karen. Sulaiman. Der trifft alles, der Kerl. Okay, du kommst mal hier rauf. Hierher, in die Ecke. Kannst du den sehen. Mit 21 Prozent. Das wäre eigentlich ein bisschen wenig. Aber ich könnte schnell Feuer probieren. Machen wir einfach mal. Und der trifft natürlich. War klar. Alles klar, dann sind die erledigt. Der Rest bleibt mal stehen. Haltstopp, du hast mit dem Feldposten mit dem Scharfschützengewehr. Und dann hole ich gleich erst mal die drei runter. Äh, die zwei wieder runter, dass die, ähm... Dass die sich wieder mit dem Team vereinigen können. Sonst rennen die nämlich die ganze Mission immer hinterher. Noch mehr! Scheiße! Sektuin, na gut. Einer daneben. Und der Rest sieht von da aus nix. Okay. Dann kann er ja zweimal feuern hier. Oh! Ernsthaft? Komm, nochmal. Na also. Das war auch kein Error sehen. Nein, schade. Er hat nämlich keine Squad-Zeit. Das hätte ich nämlich ein Problem. Ähm. 21 Prozent ist ein bisschen mau. Ich muss noch run and gun. Spur das mal hier her. Versuch's den mal wegzuknallen. Jetzt flankierst du den nämlich und 100 Prozent Teilverschance. Das sollte ja wohl ein Kill sein. Jawohl. Jetzt muss ich nur diesen da hinten noch erledigen. Die Frage ist wie. Mein Sunny. Nein. Oh, oh. Ich hab noch einen zweiten Sturmsoldaten hier. Run and gun. Ich hoffe, ich kann ihn sehen, wenn ich hier oben hinspurte. Und ich hoffe, ich treffe ihn dann auch. Denn noch mehr Soldaten kriege ich da nicht hin. Sieben, acht, siebenundfünfzig Prozent. Oh. Oh, verdammt. Das ist nicht gut. Okay, was mach ich jetzt? Er kommt nicht weit genug ran. Komm ich mit einer Rakete da hinten hin? Wahrscheinlich nicht, ne? Das ist, glaub ich, zu weit. Ja, das kann ich vergessen. Ich treffe überall nur meine eigenen Leute. Hm. Okay, wie machen wir das? Wenn ich da jetzt hinspurte. Ich spurte da oben hin. Das sind dann aber auch schon sechs. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, was das für... Oh, fuck. Der hat den eben tatsächlich auf der Ecke da gesehen. Mist. Du kommst mal hierher. Vielleicht kannst du ihn sehen. Nein, natürlich nicht. Shit. Sniper sieht auch nix. Okay, Pistole. Letzte Chance. Aber ich mach nur bis zu zwei Schaden. Und er trifft nicht. Okay, du machst den Feldposten. War das alles nur, was Zuleiman beim ersten Mal daneben geschossen hat? Das Problem ist, er wird jetzt flankiert. Das ist nicht gut. Oh, was für ein Glück. Das wäre eine Oberkatastrophe gewesen. Okay, wer braucht den Kill? Er braucht den Kill. So, drück rein da. Und jetzt laden erstmal alle nach, bevor wir hier weitermachen. Warte, ich komm mal hierher erstmal. Schon mal einen Schritt rüberlaufen. Nachladen. Du bleibst, wo du bist. Ähm, machst nen Feldposten. Du läst nach. Du bist noch voll, du machst einfach nen Feldposten. Ich höre noch mehr Thin Man. Oh, der ist ja auch leer. Machst mal hierher. Und nachladen. Oh, du kommst mal hier drüben hin. Ich hab das blöde UFO immer noch nicht gefunden, ne? Das ist echt schlimm. Wo ist das denn, verdammt? Die können eigentlich alle so bleiben. Er Spurte mal hier oben mit hin. Er Spurte... Nein, er läuft nur hier vorne hin. Ähm... Sie läuft hier hin. Macht Feldposten. Ja, ebenfalls. Hier noch einen. Und da noch einen. Und dann gucken wir mal, was die Ehringin zu machen. Okay. Hm. Hm, noch nix zu sehen. Gucken wir mal, wo sie sich versch... Da sind sie. Wenn ich die beiden hab, dürfte eigentlich nur noch der Außenwälder da sein. 58% O'Connell. Gucken, das reicht. Und da ist der Thin Man schon da. Er kann nicht sehen, sie kann auch nicht sehen. Oh Gott, das ist nicht schlecht. Aber ich kann wieder Run and Gun machen. Haha. Ich probier's aus. Ich laufe mal hier hinten hin. Ich hoffe, dass ich den dann sehen kann. Ansonsten muss der andere das erledigen. Nein! Oh, komm. Ernsthaft? Du musst auch Run and Gun, bitte. Wo ist der? Hat sich da hintergockt. Da komm ich aber nicht ganz ran, ne? Egal. Egal, du spurtest mal hierher und dann gucke ich mal, ob ich ihn treffe. Ansonsten... Jawoll, da ist er doch. Schnellfeuer. Zweimal. Komm schon. Das war die Deckung. Und nochmal daneben. Ach komm schon, das ist ja echt armselig jetzt. Und der Sniper sieht natürlich wieder immer gar nix. Wofür nehm ich ihn überhaupt mit? Dann mal Feldposten mit deiner Pistole. Er macht einen Feldposten. Und sie macht auch Feldposten. Dann hoffe ich einfach, dass wir den treffen. Oh. Du kannst noch? Und dann hau rein. Hm. Na gut. Ach, der konnte ihn dann sehen, weil der andere Hände die Deckung weggeschossen hat. Ja, sehr cool. Okay. Damit haben wir aber eigentlich die ganze Crew schon getötet. Außer eben den Außenweltler. Deshalb werde ich jetzt etwas zügiger mal vorrücken. Sonst sind wir nämlich in der nächsten Episode immer noch dabei. Und das wollte ich eigentlich ungern. Und dann muss ich irgendwie mal zusehen, dass meine Scharfschütze befördert wird. In irgendeiner Art und Weise. Damit ich... Auch mal einen Hub mit Squad-Side wieder. Weil einen Scharfschützen wollte ich eigentlich schon ganz gerne mitnehmen auf die letzten Versionen. Hm. Guck mal hierher. Hier dürfte jetzt nichts mehr sein. Äh, du guckst mal hier. Nein, du. Hallo. Guck mal da hin. Action Cam. Yay. Das ist so Leimann. Oh, geil. Guck mal, der Illyrium-Kern ist noch intakt. Super. Das ist ja klasse. Okay, ich komme nochmal hierher. Das scheint die Hauptenergiequelle des Raumschiffs zu sein. Ich kann mir nur vage vorstellen, wie viel Energie benötigt wird, ein Schiff dieser Größe anzutreiben. Ja, das... Ich will aufpassen, wohin ich dort unten schieße. Dieses Teil könnte extrem exklusiv sein. Ja, ist es auch. Deswegen wollen wir da auf keinen Fall nebenstehen. Also holen wir jetzt mal das ganze Team hier rein. Wir wissen ja, wo die Außenwälter sind. Der ist ja immer in seiner Kommandozentrale drin. Verlässt die normalerweise nicht. Also ziehen wir jetzt das ganze Team erstmal ins Ufo. Noch können wir das ja machen, solange wir nur mit Sektuiden und Sinmans zu tun haben. Wenn dann die ersten Mutoren kommen, dann sieht die Sache schon anders aus. Leider werde ich bis dahin noch keine Plasmawaffen haben. Komm, jetzt lauf doch mal hierher. Dann müssen wir eigentlich versuchen, unserem Scharfschutz in den Kill zu gehen. Ich glaube, ich habe was gehört. Ja, ja, ich auch. Komm mal her. Und mach die Tür auf. Der Bordcomputer der Aliens könnte bei unseren Untersuchungen extrem nützlich sein. Bringen Sie ihn möglichst unbeschadet zur Basis zurück. Ja, ja, ich mache ja schon. Ich werde hier keine Rakete brauchen, um so einen blöden Außenwälterleid zu eliminieren. Das geht ja auch so. Du spurtest bitte mal hier hin, aber nicht durch die Tür. Unser Scharfschütze wird sich hier hinstellen, damit er einen schönen Blick durch die Tür ins Innere haben kann. Und den Rest der Truppe ziehe ich dann einfach mal hinterher. Und dann krallen wir uns das Außenwälterleidchen. Ich muss nur aufpassen, dass ich mir niemandem da reinlaufe. Denn ich möchte ja nächste Runde mit dem Scharfschützen da draufhalten. So, und du musst Feld passen für den Fall, dass er aus der Tür kommt. Was war das für ein Geräusch? Das war der Buhmann. So, machen wir die Tür auf. Da ist er ja. Mal gucken, ob ich ihn mit dem Scharfschützen sehen kann. Ich hoffe, ich habe den richtig gestellt. Nein, jetzt läuft er natürlich weg. Mist. Das heißt, er kann ihn nicht sehen. Verdammt. Okay, dann machen wir das. Ich probiere das mal anders. Du gehst mal hier rein. Nimmst mal die Pistole zur Hand. Und schießt dann mit der Pistole auf ihn. Wenn er etwas glückt, killt er den nicht gleich. Nur einen Schaden gemacht, das ist natürlich nicht so geil. Ähm, okay. Sniper, komm mal her. Hier her. Du hast ebenfalls eine behinderte Pistole und knallst ihn hoffentlich ab. Na also, geht doch. Die Operation war ein Erfolg. Und Li Yang ist natürlich dafür befördert worden. Finde ich richtig gut. Dann kann er jetzt hoffentlich Squat-Zeit kriegen. Dann wird er immer ein bisschen nützlicher. Bisher ist er ja ziemlich sinnfrei gewesen, der Kerl. Und ich habe eigentlich auch gar keinen Platz im Team für ihn. Weil das Team mit den beiden Heavys, das ich da habe, und den beiden Stoßsordaten, das funktioniert eigentlich ziemlich geil. Gezeichnet, Commander. Ich hoffe, alle ihre Einsätze verlaufen so gut. Nein. Trupps, ich möchte dich haben. Danke. Besonders wichtig bei Ratsmissionen, wo wir lange, lange Maps haben und viele Samenster. Ist das echt wichtig. Sind immer alle ganz gut dabei, die Jungs, ne? Ja, nur mit vier Einsätzen, ist ein bisschen mau. Aber der Rest geht. Den ganzen beschädigten Schrott können wir mal verkaufen, weil wir haben keine Kohlen. Ähm, Schwarzmarkt, dort. Äh, einen Beschädigten, einen Beschädigten. Die behalten wir natürlich, ist klar. Und sonst haben wir auch nichts, das wir so abgeben können momentan. Machen wir das erstmal so. Präzisionslaser ist bald fertig. Oh, das ist gut. Jetzt hier mal erstmal im Gucken. Elf Tage noch bis dorthin. Kann ich hier noch ein weiteres bauen? Nicht genügend Geld. Nein, ich brauche 40 Ingenieure. Das kostet auch nur 50. Wie viele Ingenieure habe ich jetzt? 34. Ui, das wird lustig. Ähm. Hm. Dann heben wir das hier mal aus. Nein, wir bauen einen Aufzug. Ah, das heißt keine so clevere Idee. Weil ich ja einen Präzisionslaser kaufen wollte. Dann würde ich jetzt die Schalenrüstung sagen. Ja, machen wir die Schalenrüstung. Und lassen die Zeit weiterlaufen. Guck mal, was uns die Aliens als nächstes für uns im Petto haben. Kommando, der Rat möchte Sie sprechen. Eine Ratsmission, okay. Die Sicherer Übertragung startet jetzt. Vor allem hier aus. Oh, geil. Das Geld ist die Wissenschaft. Das ist nicht klasse. Okay. Wir gehen davon aus, dass Sie diese Angelegenheit vertraulich behandeln. Gut, gucken wir mal ganz kurz. Wer ist denn jetzt alles wieder fit? Die sind alle im Einsatz. Ah, mein Sani ist noch verrundet zwei Tage. Ja, okay. Dann nehmen wir natürlich den Sniper wieder mit. Ich könnte Ihnen noch einen Präzisionslaser kaufen. Aber das lasse ich mal sein. Ähm. Du bekommst bitte mal diesen hier. Danke. Und du ebenfalls? Ne, nicht Bewaffnung. Bewaffnung ist falsch. Bewaffnung will ich nicht. Individualisieren möchte ich. Das ist der Kur 2. Hm. Den übersehe ich dann auf dem Möf, wenn ich ihn so mache. Null? Ja, ja, ja. Ne, Null ist doof. Scheiße, wenn ich verarbeitet habe, wenn ihr das Ding habt. Ah, hier. Fünf. Okay. Superb, superb. Für ihn brauchen wir das Ganze dann noch. Nicht die Bewaffnung. Individualisieren. Danke. Das ist der Kur 2. Bewaffnung ist Habe Null. Komisch. Na, ist ja auch egal. Ich würde sagen, wir düsen da mal mit allem Mann ab. So. Und es passt ja wieder. Die 20 Minuten sind um. Das heißt, wir beginnen jetzt noch die Mission. Nein, machen wir anders. Ähm. Ich beende die Folge jetzt nicht, sondern spiele nochmal weitere 20 Minuten. Schneide mir dann gleich zwei Folgen da raus. Denn... Ich habe keine Folgen mal auf der Platte. Also spielen wir jetzt direkt noch 20 Minuten weiter. Und das sollte eigentlich reichen, um diese Mission jetzt zu spielen. Machen Sie sich einsatzbereit. Unser Operationsgebiet liegt in den Vereinigten Staaten. Und das ist ein, also das ist ein. Und das ist ein. Und das ist ein.